Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Creativerse mit Mac Manious What's up? Ja, okay. Ich habe eine total tolle Sache gebaut. Guckst du? Warte. Guck ich. Warte guck ich. Und da muss ich ja... Ich habe hier so eine kleine Sache gebaut. Warte mal, dann muss ich das hier abbauen. Sonst wird das nichts. Oder ich brauche es vielleicht auf die hintere Seite. Das würde auch gehen. Ne, ich muss es hier hinbauen. So. Ui hui. Wat? Kannst du mich verarschen? Moment. Geh mal weg da. Das sieht ja schick aus. Ja, den zahlen müsstest du. Ich glaube der geht nicht über Eck. Wat? Das ist ein schlechter Scherz oder? Ich weiß nicht. Vielleicht geht er nicht über Eck. was ist das doch schon wieder gleich black hier sie hat es nach jahren okay um ein bisschen erledigt aber warte mal vielleicht geht es anders und ich ist der geil was haben wir mit rax das gut wollten rax so was so was nicht melden was das ein will mit diesen dingern hier ich weiß auch keiner was das darstellen soll so die hast du jetzt einfach geklaut die hab ich da extra hingesetzt warum ja genau kosmetik you know so ein bisschen schön machen hier und dann können wir hier mache ich hier den da weg die fackel auch mal weg hier eine neue hin machen ach kann man die hier draufsetzen Moment das glaubt auch ganz gut na gut dann vielleicht doch ans haus und dann Prozent Tür so ist das schön um das haben wir schon mal dann müssen wir mal gucken was kann noch herstellen weil die diesen Sandkasten aber und was brauchen dazu Wurzlaps und Dörth ich bin der Wimmer auf Honig Suche dass wir endlich mal eine vernormale leute Kiste herstellen können ok Wurzlaps haben wir schon mal Dörth wo kriege ich Dörth her Dörth unter Erde krass krass das ist eine unglaubliche Erkenntnis die ich dazu gewonnen habe so achso wird Dörth zu Erde wenn er dann oben liegt du meinst Dörth zu Gras aber keine Ahnung du hast gerade gesagt Dörth ist unter Erde ja ist ja genauso falsch ja was ja hast recht ist genauso falsch herrlich du scheiße oh man ne so jetzt sieht es wieder schön aus ich hab Dörth das ist sehr schön jetzt brauche ich mir erstmal so einen schönen Sandkasten hier Sandkasten für Tekko das muss sein juhu ok wir kriegen nichts neues in dieser Sandkasten nennt sich Woodplanter Woodplanter wahrscheinlich kannst du da einen Samen reinpacken und dann geht's ab saß da ja pfff denke mal das zum Thema reinpacken äh hätte ja keine Ahnung was was ist diese hihihi warum geht das nicht manu ich weiß es doch auch nicht so was haben wir denn noch Woodwindow müsste ich mal noch craften das hab ich auch noch nicht kriege ich aber auch nichts neues das ist geil oh hier ein stone ne stone letter stone letter ich hab ne stone letter du glaubst nicht hihihi oh oh geil hm 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 schön aus stein ne ja geil so jetzt haben wir schon mal ne stone letter zack so jetzt müssen wir hier noch ne etage dann draufsetzen dann kann man da noch ein bissel äh Woodletter machen und hüttle doch Woodletter im doch Boden passt viel besser so alles klar na gut äh so warte mal hier die tür muss ich noch machen da brauch ich aber den quark dann muss das oh das kann ich machen stone window okay stone window barret window brauerisch iron bar stone slab und clut aufgut wir können ja mal so ein so ein so ein paar so richtig so ähm ostdeutsch ne ja können wir gerne machen ja aber das kommt meistens immer nicht so gut an manche feiern aber macht euch drüber lustig manche feiern wer hat hier gelacht manche feiern äh das hart und manche feiern das irgendwie nicht so hart ja manche dann ne macht euch voll darüber lustig ey ne 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 so darf man das jetzt nicht sehen weil äh morgen kommen wir aus dem östen ne aber also ich nicht aber du ja weil doch auf jeden fall äh ich brauche steilen so craft oh ich brauche ich mal steil jo nagut stone slab i slap your mother a heart in your face neo i slap your mother a heart in your face aua na klar du nimmst quasi die mutter und siehst sie einmal quer durch das gesicht na klar ja na si 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 jungen macht er alles so warte mal jetzt habe ich ja fast alles gemacht ey das ist doch zum kotzen nix mehr großen neues anja Watchens immer noch machen ja noch mal wie noch mal tiefer als wir letztens sowieso war diese gaslampe wollte ich machen die wollte ich machen jetzt fällt mir wieder ein genau das ding soll hier wie ein flutlicht sein ich habe schon vergessen was braucht ich glaube das war es was waren das noch kohle motor Böhle Böhle Göhle Kallen im kräft zwei Stück lecker gibt es nicht nur ist ist doch zum kürzen Bühne Morin des ganze jahr schon alles gereizt ich sehe es können so war dann erst mal über den Kistenbunker und da 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 auch auch der Lüde die Döde da rein da rein am Morgen der West so dann das ist das Mose Kurt oder was wird das Dutt 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 Prozent nur gut hier steht es bett ein schönes bücher Regal daneben könnte er noch wird aber es ist halt auch kein schönes Büchergeist, muss man auch dazu sagen na gut, geht schön so, ähm schwulen Sandkasten hab ich auch noch so, die schwulen Sandkasten alles klar na klar so, ähm warte mal jetzt hab ich hier die krasse, jetzt ist es natürlich wieder nicht nacht, das ist blöd das ist natürlich eine Frechheit, jetzt wo man nacht mal braucht, dann ist es einfach boah, alter, da kriegst du ja das ist ja ein Solarium, das Ding hohoho, das ist ja sogar bei Tag ekelhaft hell okay, dann müssen wir die halt immer abbauen und woanders dann hinstellen, in Höhlen oder sowas ja, die können wir auf jeden Fall mit in die Höhlen nehmen ich baue jetzt den ganzen, äh, Queen Bee Klabberadatschi ab und mach daraus, ähm ja, weißt du was ne, geht ja gar nicht, Melted Wax kannst die Queen Bees nicht was? nein, die kannst du, die brauchst halt wirklich nur, dass daraus Honig wird das ist halt die Sache das ist ein Scherz nein, das ist kein Scherz also, da hast du recht irgendwie muss es mit diesen Dingern, irgendwie muss es mit den Dingern gehen verstehe es nicht, aber es muss gehen so, ich verstehe es auch nicht Tee, zu deinem Teleporter ich komm, äh ich komm, äh ja ach, sauerisch erschrocken ha, ha kommst rein, das erste was sie ist, die Fresse schön, schön, schön oh, du siehst aber nicht durch deinen Helm, hä? Arum ne, ne so, warte mal, ähm, Stone, Stone letter noch oder hast ja da so schöne Stühle hier gemacht, hab ich ja gar nicht gesehen na und, joch, guck ihr die Tischdecker an, wie schöne die guckt schön, wie sieht das aus he he oh, ho, oh, das ist ein Tisch, die Stone letter alles klar mhm Kontinuance äh Kontinuance ich, ich, ja, ich brauche Holz wir brauchen mehr Holz ich brauch Stein so, hierda little bit of stone bedded a bit of stone here in my life mhm and in this case is done with by s is called you all and in this can system it dennis is called you all bin is the case that is christmas so i need a slap to slap in your face so uh... stone slap what then I have nothing to do what's now to do oh it's like a a bit I need a little bit of water hard in my mouth and ringing down the meat so the food tube oh geil food tube ha 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 witz gemacht und selber hat nur drüber gelacht das sind immer die beliebsten ja sonst macht ja keiner das sind die chokers hier so warte mal dann mach ich mal hier noch sowas ach wir kriegen nichts neues mehr das ist scheiße gerade sodel wir brauchen das noch auf jeden Fall so da hier da oh die iron dinge sind auch fast durch äh holz da das reicht so nicht gut dass der baum nur zwei holzblöcke umfasste den ich abgeholzt habe so hier der der elderwood der kommt jetzt hier mal den rotze ich jetzt hier um haust du einfach weg sagst du ja den rotze ich jetzt hier um da haben wir wieder erstmal wieder ein bisschen holz jetzt komme ich hier nicht hoch skrupellos da ups dr 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 ein vor bohr oder oder um gut was sei sei sie seien ich gemacht habe ist die Tür und die zwei Kisten aber die kann ja auch nicht bauen für mir die Motte die Orle jeden und wir wollen ja nicht was Iron Wohl herzlichen Glückwunsch jahre mehr Prunk geht in der Eimel Wohl gibt es bestimmt halt auch noch das Geld so richtig dekadent ne vor allem wie ewig wie lange wir gebraucht haben um Iron zu finden ne also jetzt wird es einfach nur verbraten hier na war nichts neues gekriegt verdammt ich noch mal das kann doch wohl nicht wahr sein nur wird uns nichts anderes übrig bleiben wie auf die Suche zu gehen nach Diamanten ja danach dann irgendwann ich muss ja erstmal den Baum wegflexen aber das braucht ein bisschen weil das so riesig ist hhhhhh 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 nun guck mal an wo ist er denn hhhhhh hhhhhh wo hat er sich denn nun wieder versteckt der drüben ist er Ach, der Öhm! Der Öhm! Du musst doch spinnen. Ohne Seil, du hast einen weg. Ohne Seil, klettert er den Baum rauf. Das gibt's doch nicht. Wenn der nur noch fällt, gehen kranken aus. Mensch. Deku, bist doch der Arzt, das weiß ich. Ja. Krass denn, ne? Was? So, jetzt müssen wir mal gucken, die zweite Etage hier. Bis zum Kontinuums, bitte. Jetzt müssen wir mal gucken, die zweite Etage aus, was wir hier bauen, ne? Ja, garantiert nicht aus Dreck. Nee. Ich überlege, ich überlege. Und mir fällt nicht ein. Doch nicht. Was haben wir hier? Limestone, haben wir noch Limestone? Haben wir nicht. Nicht mehr so viel. Nicht. Das zweite Etage wird einfach nur Stein. Hältst denn davon. Da müssen wir halt sehen, wie's am Ende weg aussieht. Kann ja auch nicht noch Pappe aussehen, ne? Ich mach mal. Und du guckst mal. Ja. Ja, zwei verschiedene hab ich am Start. Du schmal drauf. Nun müssen wir halt gucken, was besser aussieht. Es nützt er nicht. Guck hier. Erstens. Man wird nicht so das Erste. Nee. Du bist so wie jetzt une. Nööööööö. Habe ich noch eine? Gucke, hier ist es ein bisschen 느� northeast. Auf wurde auch ein bisschen dunkel. Ja, und? Die Schwellers darf sich sagen was. Nöööööö어. Doch es geht nicht so einfach von der Hand. Die Entscheidungen! Er macht die Entscheidungen! Nun, wer nimmt sie uns ab? Keine Sau! Alles muss man selber treffen. Und wenn es falsch ist, hat man den Ärscher. Nun, sag! Nur, sag doch! Mach's doch nicht so kompliziert, Junge. Ist doch nur ne Steinmauer. Mir gefällt die oberen besser. Alles klar. Keine Ahnung. Eigentlich ist es mir scheißegal. Sind beide nicht schlecht. Soll ich die hellere nehmen? Die passt besser dazu, oder was? Ja, nimm mal die hellere. Man kann es ja nur noch immer wieder abreißen. Abreißen! Abreißen! Schauen wir nur Abreißen! Du guck gerne rein, dann hab ich nicht mehr. Musch neue machen. Alter, ne? Es ist wirklich stressig, diese ganzen Blätter abzubauen, ne? Manchmal wünscht man sich bei Minecraft... Das stimmt! ...und holz den scheiß Stamm weg und dann verschwinden die Blätter. Ich mein jetzt, die Blätter sind ja gut. Du kannst sie ja verwurschteln halt, ne? Verkwurschteln? Ja, dann kann man die Kohle halt für Fackeln, ne? Und dann können wir halt die Blätter verbrennen. Ich mein, du brauchst nur vier Blätter. Und... Ja, für einen Eisen oder sowas, was weiß ich. Stone Slabs. So die Blätter lassen sie da mal stehen, soll das mal reichen. Du liest die, die, die Wutton Slabs hier dann mal. Und das brauche ich auch dafür. Ich brauch mehr. Von allem. Ich brauch von allem. Stone Slabs. Dafür kennen wir den Strand vorbei. Hast du noch Stone oder hast du keinen? Was sagst du? Nö, ich habe keinen Stone mehr. Nö, ganz toll. Das tut mir voll leid, aber da kann ich leider auch nichts machen. Iron Slab. Nicht schlecht, aber das falsche. Ähm, Tino? Weißt du, was dich verdammt noch mal freuen wird? Verdammt noch mal nein. Also, guck mal hier, verdammt noch mal in diese Kiste rein. Jetzt guck mal, was da für ein Item dazugekommen ist. In die rechte. Und dann nimmst du das auf und guckst mal, was du danach bauen kannst. Und das würde dich freuen, das freut mich nämlich auch. Die Kiste? Ja. Und dann guck mal, was du da für eine Recipe bekommst dann. Ich bin eine Steinkiste. Und da brauchst du halt keinen scheiß Honigwachs mehr. Mir gefällt... Das Schild besser. Das Schild. Ja, wichtig. Das Schild. Na klar, kannst du schreiben. Ja, super. Wichtige Sachen, was schreibe. Starttitel. Soul drug. So, dann. Ich brauche ein bisschen auf das und ich brauche ein bisschen auf das. Und dann. So, dann kannst du noch mal eine Kiste aufstellen. Oder kannst du noch mal hier eine Steinkiste herstellen. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Was? Sind die alle? Woodrot? Oh, ich flipp alles. Ich packe noch mal ein paar Stone Slap hier rein. Damit verdammeln. Ja, da Stone Rotz auch noch. Stone Rotz. Rotz. Stone Rotz. Ey, Woodrot mache ich schon. Du bist ein. Eingehörner manchmal. Ich brauche noch kurz noch mal Meldet Wax. Aber kann ich auch hier noch kurz einen von den B-Wax reinpacken, du. Still. Da. Hier. Frisst Blatt. Ich mache ein Schild. Ich mache... Ich mache ein Schild. Ich mache ein Schild. Ja, freilie. Ja, freilie. Freilie mache ein Schild. Geführer ist dein Sinn. Was? Äh, wie bitte? Äh, wot wo da? Ähm. Was ist denn mit der Stone? Ah, guck mal hier. Wenn du den scheiß Fußboden nennst, ich mal fertig... Den mache ich doch jetzt fertig. Guck mal. Oh, sieht das schön aus. Oh, Mann. Guck mal, nun können wir hier hinten auch ein bisschen was rein tun. Wie wollen wir rein tun? Ich habe noch ein bisschen Steck zu tun. Den Rest des Bodens. Ich werde es nicht mehr brauchen. Äh, warte mal. Dort brauchen wir nichts. Magnetät. Haben wir hier schon. Magnetät. 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 Macht was immer. Magnetät macht. Macht. Äh, übrigens, wir müssten abmoderieren, ja. Ne, du! Mach! Ach so, ja. Oh nein! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Guckt mal bei der Hallo uns vorbei. Und das in deinem Video beschreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Dämen da. Na schön. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann, tschüss. Vielen Dank.